Oh oh, noch ein Macht. Vorsicht Breth, noch nicht runterlaufen, ich habe hier gerade ein Loch gemacht, also nicht dass du vielleicht runterfällst, ein Schaden kassierst. Ich baue gerade dein Gold ab. Ja mach mal. Alles meine. Ich werde, ähm, machen wir auch, wir machen auch eine Weizenfarm oder sowas, ne? Meinst du, das müssen wir machen? Also ohne Spaß, ich würde, dieses Projekt würde, also wenn wir halt überleben, ne, würde das nicht lange gehen. Ich wollte eigentlich in zwei Stunden schon fertig sein, ich wollte ja nicht. Alles klar. Viele Erfolgen, nein. Nein, aber das Ding ist halt, wir brauchen halt durchgehend schon irgendwie Essen und entweder wir gehen halt immer wieder raus und suchen dann immer wieder was oder wir machen uns halt irgendwie so eine Weizenfarm und das wir halt eben dann irgendwie ein paar Hühner herholen und aus Eiern halt irgendwie eine kleine Hühnerfarm machen und die dann mit den Siezwüttern von den Weizen und so. Ja klar, hör mal her damit. Ja, wir brauchen auf jeden Fall viele Hühner für viele Pfeile, ne? Richtig, genau. Daher, ja, sollten wir alles mögliche in Betracht ziehen, um halt Essen zu bekommen und uns halt, uns halt irgendwie, zu ernähren, ne? Das ist halt, ja. So. Ja, ich versuche jetzt mal schon mal Diamanten zu finden. Ich ja auch, ich Schuppmeine hier gerade. Ja gut, dann brauchen wir natürlich auch noch, brauchen wir noch einen, äh, ja, Scheißstein. Möchtest du mit mir Schuppmeinen, Fred? Ah ja. Ich bin auch in einer anderen, ich bin auch in einer anderen Richtung. Iiiiih. Ja, das ist nicht super spannend hier. Wollen wir mal richtig, wollen wir mal richtig Schuppmeinen oben. Oh, ich hab ein Pferd gefunden, geil. Ja gut, machen wir das. Ich auch eben, aber dann war's tot. Hat nur Leder getroffen. Hat kein, hat kein Fleisch gedroppt. Ne, da kratten die. Ne, droppt echt kein Fleisch. Oh, ich leh jetzt schon wieder die Kommentare. Ist das Clash of Clans? Nein. Warum nicht? Was ist das? Du kannst kein Minecraft. Du hast weiter unten Dix gefunden, Diamanten. Ähm. Wann haben wir eigentlich gestanden? Wow. Creeper. Alter, mach keinen Scheiß. Niemals. Und hier mit Rechtsweg verteidigen, ne, wisst ihr? Also Schwert in die Hand und im Rechtsweg, dann liegt da weniger Schaden. Hab ich gelesen. Hab ich gelesen. Hab ich gelesen. Was weiß ich nicht. Was, 18 Minuten Aufnahme? Ja ungefähr, oder? Ja, 17. Ja gut. Ey, hier ist ja gar nichts. Was ist denn das hier? Oh, hier ist eine Spalte. Hä, Matthias Mutter? Was? Oh, Mensch. Ich kann dir auch eine zeigen. Ah, nein, da kann er das machen. Ich baue mal Pilze ab, ne? Ja. Dann können wir auch Pilze. Oh, eine Pilzsuppe. Hm. Ey, ich finde hier nichts, Fred. Findest du irgendwas? Nope. Ich bin so rechts unter dir, Digga, Diagonal so in etwa. Ich bin auf Ebene. Macht's nicht mehr so, wenn jetzt auch rauskommt, dass wir ein bisschen Essen suchen. Und dass wir dann, oder ich weiß nicht. Ja, dann lass ihr da. Ich hab Eisen gefunden. Das baue ich jetzt einfach ab. Dann gehe ich hoch und... Ey, ihr könnt auch unten bleiben, aber... Ne, ist das schon wirklich dunkel, oder was? Was? Nein, es ist gerade erst heil geworden. Okay, ja, dann geh ich da. Wo bist du denn gerade? Geh hoch. Äh, dann lass lieber am Tag ein bisschen draußen rumgammeln, während man in der Nacht hier unten ganz gechillt. Magst du, bist du gerade draußen? Ja, ja, ich bin gerade draußen. Ich bin gerade da ein bisschen rumgelaufen und sammle gerade ein paar Pilze, weil ich kann... Das sollte man ja eigentlich auch nicht machen, direkt über sich abbauen, deswegen gehe ich noch ein bisschen zurück. Hab noch ein bisschen Eisen gefunden, das ist auch schon. Die ganzen Oldschool Minecraft-Tipps so. Nicht überall abbauen, nicht direkt runterbauen. Ey, ich hab sie alle drauf. Alle, der Mr. King einfach. Ich hab früher wirklich ziemlich oft Minecraft gespielt, aber wir haben halt einfach nur so ein bisschen... Du, vor uns hingefarbt, sag ich jetzt mal, ne? Also, die ist nicht so PvP oder so. Das war schon ein bisschen her. So, wo ist der Ausgang hier? Hast du wieder zugebaut? Ne, wenn du hochkommst und dann rechts läufst, dann ist das der Ausgang. Ah, da. So. Gut, gut, gut. Äh, brauchen wir Zuckerworn hier wahrscheinlich nicht, ne? Würde ich mitnehmen, vielleicht für Bücher, wenn wir was verzaubern wollen. Stimmt. Ich weiß nicht genau, wie viel... Ja, da müssen wir dann alle drauf, alle Tricks drauf. Ich weiß ja nicht genau, ob das Sinn macht, ne? Das macht 100%, das macht nicht nur Sinn, das ist Pflicht. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Amboss, ne? Ja. Hier ist ein Hase! Je nachdem, was wir halt finden in Kisten, ne? Äh, Melonen brauchen wir auf jeden Fall auch, ne? Melonensamen. Ja, Melonen. Um goldene Melonen zu machen für die Tränke. Nein, was mach ich denn hier, der Scheiß? Weiß ich nicht, aber ich hab grad einen Hasen getötet, ich hab jetzt einen rohen Hasen im Inventar. Wie, denn es gibt Fleisch? Ja. Wir müssen aber Pferde eigentlich auch Fleisch geben. So, jetzt weiß ich nicht, wo sind wir da reingekommen? Weiß ich nicht genau meine... Aber wobei, die... Der Sound ist eigentlich laut genug. Mach mal die Soundtrack. Ach, Microsoft hat keinen Sound. Ja, im Grunde, das ist... An die Leute, die gerade... Die ganze Zeit ein Monster. Ich höre die ganze Zeit ein Monster. Ich höre die ganze Zeit bei mir zugucken, die hören gerade im Hintergrund die Rissen Soundtricks durchlaufen. Die Playlist sind ja auch in der Videobeschreibung. Ziemlich sexy, muss ich sagen. Ist das Creative Commons? Was ist Creative? Ich bin Creative, ja. Nein, die Musik. Die ist sowas von Creative, Alter. Wenn ich die auch immer öfters mal Musik suche. Ja, ich weiß nicht, ich nutze schon so... Ich meine, ich denke mal irgendwie, guck mal, die Musik läuft ja auch so im Spiel, ne? Wenn ich aufnehme. Also, wenn ich das Spiel spiele, was ist dann daran... Bei mir kaum. Scheiße, wenn ich dann die so bei Minecraft laufen habe. Also, ich weiß, ich habe mir noch nie so krasse Gedanken gemacht. Ich nehme jetzt auch keinen. Da kann der, da kann der hört immer den Clash of Clans Soundtrack. Ja, hat die Fresse. Es ist nur ein Lied und das ist auch noch ziemlich nervig. Sei mal ruhig, Freddy. Hast du hier dann Hasen gefunden? Ja, ich auch. Und zwar habe ich es rausgefunden. Nur die großen Hasen, die droppen Fleisch. Die kleinen nicht. Gibt es kleine Hasen? Ja. Die sind voll süß. Noch nicht gesehen. Aber ich habe sie schon aufgetötet. Irgendwie ist hier gar nichts. Brauche mehr Fackeln. Lauf am besten nicht in das Sumpfgebiet, wo da bin ich gerade. Ihr müsst auf jeden Fall euch merken, wo unsere Höhle ist, ne? Ja, das ist toll. Ja, ja, ja. Wollen wir die anderen mal trollen? Sagst du. Ja, troll sie. Warum? Warum habe ich eigentlich Zombie-Brains im Inventar? Braaaain. Guck mal zu Okoroms, wer glaubt. Was? Alle Lohn am Start? Boah, Aldi. Alter, Aldi. Was machst du denn? Nicht sterben. Ne, ne. Wahrscheinlich. Boah, Alter. Hier ist so ein fettes Loch mit Lava. Da werde ich fast reingefallen. Merk dir das mal. Dann können wir gleich... Dann wird doch bestimmt noch irgendwo Obsidian sein. Ja gut, man kann Obsidian draus machen. Na ja, eben. Na ja, klar. Musst du ja nur Wasser drüber kippen. Ja, ja. So ein Fläschchen Wasser halt. Was weiß der Fred noch? Alle Tricks drauf? Oh, oh, Skelett. Was? Wie ich einfach nichts finde, gar nichts. Also ich brauche halt... Wir brauchen diese verkackten drei... Ich dachte, du wolltest hochkommen mit. Ne, bringt ja nichts, wenn da drei... Ne, das passt schon. Du kannst schon unten bleiben. Dann kommst du ja wieder runter. Da kommst du ja wieder runter. Die Leute sehen das auch schön langweiliges Strip-Mein-Action. Richtig gut, ja. Das ist Strip-Mein-Action. Das ist Strip-Mein-Action. Dieses Wort Action in Verbindung mit Strip-Mein ist falsch einfach. Nehmen wir wahrscheinlich eine Folge und dies nur Strip-Mein. Das ist ja schon gut. Ah, Red Zone brauche ich nicht, oder? Ein Level halt. Ich laufe gerade in der Höhle rein. Und warte mich so ein bisschen. War das Letzte, was er sagte. Sagte er... Du kannst ja mal sagen, Master-LP, wenn zum Beispiel meine Leute das sehen, was du so auf deinem Kanal machst, zum Beispiel. Was mach ich auf meinem Kanal? Also ich muss, und das ist jetzt echt nicht gelogen, mein Kanal ist echt richtig mit einer dicken Staubwolke besetzt. Ich hab auf meinem Kanal 200.000 Videos oder so, aber ich mach halt hauptsächlich gerade nur Minecraft-Tech-It. Äh... Diamanten! Jawoll! Ziemlich geil. Sehen die anderen meine Achievements eigentlich? Nein. Nein. Leider nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun! Das wird sich verarschen. Du lügst mich jetzt an, aktuell, oder? Neun Stück! Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was denn? Die Zahl neun? Nein, dass es neuner Ada gibt. Ne, mega geil. Du solltest die nicht geben. Weil ich mal so heute habe... Ja, aber sehr selten, oder? Ja, ist doch geil! Neun Dias! Ich wollte hier die Höhle mal eben zu, ne? Aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, machen wir mal. Ich habe gerade hier ein bisschen Eisen gefunden. Es ist zu dumm, dass ich gerade in der Höhle bin, ne? Weil eigentlich... Oder was wir auch... Jungs, was wir machen können, ist, wir können auch zu dritt mal in eine Höhle gehen einfach. Und dann uns halt gegenseitig immer safen und so. Sofern wir Rüstung haben, wäre ganz cool. Ja, genau. Wir haben ja jetzt im Grunde die Dias, die wir brauchen. Eisen habe ich jetzt auch noch mal ganz schön viel gefunden. Na, wie viele Dias hast du denn? Neun. Das reicht doch nicht für eine Rüstung für diesen. Ey, wir brauchen doch keine Dia-Rüstung. Äh, Brustpanzer muss schon. Also, ich denke mal... Echt? Wenn ich mit dem Drachen gehe, hätte ich gerne eigentlich schon fast eine Dia-Rüstung. Also, ohne Spaß, Leute. Das war echt nicht so unterschätzend, ne? Ich habe jetzt gleich Obsidian. Quasi schon. Okay. Wie lange er sich gegraben hat, what the fuck? Wie ist das denn mit Sprinten? Wenn ich jetzt Sprinte, verliere ich dann sehr viel Hunger mehr? Ja, wesentlich mehr. Wir haben keine Hungerprobleme. Ich würde so gerne Matthias jetzt ein Bild von den Dias schicken, aber ich lasse es. Ich will jetzt nichts verraten. Ähm... Oh, mein Foto ist schon aus. Das heißt, das Video ist schon vorbei. Ja. Ist natürlich jetzt richtig awesome. Wir sind auch schon mal 23 Minuten, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie die da schneiden werden. Ja, meine Speicher hat etwa 28 Gigabyte, weißt du? Das Ding ist halt eigentlich... Ja. Ja, aber ich nehme eigentlich immer gerne partweise auf, weißt du? Ja, das kannst du hier knicken, natürlich. Ja, das kannst du jetzt aktuell schon mal knicken. So, dann nehme ich ja bei... Naja, wir hatten ja gesagt, äh, 50 Minuten, ne? Achso. Kannst du knicken? Halt die Fresse jetzt, ne? Kannst du knicken? So, ich habe schon mal eine Dia-Hacke gemacht, jetzt brauche ich noch einen Eimer. Ich gehe gleich, ne? Ah, ich brauche Wasser, scheiße. Okay, Jungs, ich bring noch mehr Pilze mit. Scheiße, ich brauche Wasser. Ich bring ordentlich Kohle mit. Das ist total wertvoll. Ähm, was brauche ich denn noch? Eine Spitzhacke? Ja, komm. Ja, so eine, so eine geile Diamantspitzhacke nehme ich auch. Ja, ähm, Dia-Schwerter wären, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ah, ne, wobei? Soll ich nicht mehr ab? Die anderen haben auch das nicht zu schlagen? Ne, wir lassen das mal Rüstung oder sowas machen. Also jeder, jeder braucht keine Dia-Spitzhacke. Also eigentlich ist eine reichte. Ja, ja, eine reicht. Aber was ist dann mit dem Rest? Naja, Schwerter, oder? Der kriegt Holz. Ja, Schwerter oder Schutz, hier, hier, Brustpanzer? Also ich würde sagen, erstmal Schwerter. Also weißt du, weil Verteidigung ist halt auch immer noch eine krasse Sache als nur Schutz. Seid ihr denn gerade? Äh, wo seid ihr denn gerade? Ich bin da unten. Ich schippen halt deinen Gang weiter. Also in einem anderen. Ich bin gerade dabei, Tiere zu schippen. In einem anderen Chip. Ja, weil dann gehe ich jetzt hoch, mache und lege die Schwerter für euch in die Kiste. Eisen, geil. Alles klar, geil. Weil ihr da könnt, da kann ich's ja schon sofort hier unten. Ne, pack mal oben hin. Achso, genau. Es gibt ja auch kleine Regeln noch zu... Ich weiß es, in der zweiten Folge sagt man das dann irgendwann. Ähm, es gibt auch kleine Regeln, äh, hier, wegen den Teams. Aua. Und zwar haben wir Teams gemacht, aus dem Grund, weil wir halt, wenn wir zu sechs spielen und alle in einer Konfi sind, das ein bisschen durcheinander sein kann. Hallo, Welt! Ähm, unter anderem aber auch, um halt eben uns ein bisschen zu battlen, um zu gucken, wer ist der Schnellste und so weiter. Aber, wir haben gesagt, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie schlagen oder uns aktiv irgendwie töten oder sowas. Ach, da ist er schon. Da ist er schon. Ja, gib mal her. Ja. Deswegen läuft das eigentlich ganz chillig ab. Aber cool. Du musst hier hoch, ne, übrigens. Nur mal so zur Info. Wenn du hier hoch möchtest. Na, er hat mich schon wieder getrollt. Wieso... Wieso hab ich dich getrollt? Du bist doch so blöd und bist weitergelaufen. Laufen dafür, Alter. Ich hab keinen Bock auf deine Hinteransicht. Lauf. Ja klar, da stehst du auch total drauf, ja. Warte, ich geh extra langsam und gebückt für dich. Ja, gebückt und langsam. Hm. Das ist Produktivität hier. Das ist Produktivität. Ja, selbst im Angesicht des Todes haben wir noch Spaß. Oh mein Gott, ein Creeper. Puff, tot. So, die Lebensanzeige sieht weiterhin so aus, dass Rockstar Henning nur noch 19 von 20 Health Points hat. Ja, hat er vorhin schon gehabt. Ist schon ein Weichen her. Jojo, ich mein, wir wollten nur aktualisieren. Achso. Ich hab... Schafe droppen... Schafe droppen wir jetzt auch vielleicht, ne? Ja. Und das andere Diaschwert packe ich jetzt mal in die Kiste rein. Oh shit. Oh Bretter. Geil. Was ist dunkel? Ich hab ordentlich an Holz vorhin geholt. Das ist gut. Kohle. Ah, danke wirklich. Äh, jetzt ich alles... Achso, ich muss bei euch spitzer gemacht. Gib mir die Hälfte genommen. Ja, ja, ja. Lassen los. Tod? Nö, ich... Wo... Was... Wo lebten wir? Ah, da. Wir sind bei... Soll ich dir sagen? Ne, ne, sag's dir mal nicht. Mein Orientierungssinn lässt mich nicht im Stich haben. Ja, ich hab's auch schon gefunden. Naja. Ja, das ist... Ah, wer hat denn diese Decke hier gebaut? Ich hab mir schon hundertmal die Rübe gestoßen. Ja, du. Das ist mega nervig, ne? Ja, ich weiß. Ja, schnell. Da kann der VY zum Wasser. Ja, ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das Projekt jetzt hier noch so entwickeln wird, ey. Ich auch. Wie lange ich überleben werde, wie lange wir überleben werden. Ähm... 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 Der Wasserhund dann schnell zurück. Oh, oh. Oh, oh. Alter, das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt überhaupt gar nicht gut. Hey, wo ist denn hier überhaupt die Pfing von dem Kapitel? Das ist jetzt überhaupt gar nicht gut. Das ist jetzt überhaupt gar nicht gut. Ich hab keinen Hunger mehr. Und dahinter ist mir ein Skelett. Und das sollte jetzt erstmal... Komm halt rein, in die gute Stube. Ja, das ist mein Plan. So. Schön was essen. Puh. Knäppchen. Wie ich mal sagen. Er hat aber noch... Ja, er hat noch alle. Pild hat noch alle Herzen. Das ist natürlich... Ja, der macht bestimmt noch gar nichts. Er hat sich... Er hat sich in die Ecke gestellt und gesagt, er kommt Leute, macht immer. Ich hab Gold gefunden, obwohl es nicht so wirklich wertvoll ist. Doch. Gold ist sehr wertvoll. So. Wir können uns 27 Pilzsuppen machen. Was können wir mit dem Gold alles machen? Ähm... Goldäpfel sind sehr wichtig. Achso. Nein, wir machen uns Melonen. Goldene Melonen. Also Glistering Melon. Weil dadurch können wir drei Heiltränke machen und die bringen viel, viel mehr als Gold. Okay. Ich nehme die ersten drei. Ähm... Wie ist das denn eigentlich, wenn wir jetzt einen Haltrak machen und den machen wir dann werfbar? Ja, dann stellen wir uns... Für alle. Ja, dann stellen wir uns in ein Zweierloch oder so was oder ein Dreierloch und dann gucken wir, dass wir uns den allen drei gleichzeitig geben. Macht man mit Schwarzpulver, ne? Ja, mit Schwarzpulver, ne? Ja, mit Schwarzpulver. Werfbar? Ja. Musst ja mal Creeper kürten. Oh oh. Ja gut, das ist ja alles. Ich hab was ganz Blödes gemacht. Jetzt kommt erstmal... Ich hab ein Skelett gefunden. Das muss ich jetzt mal eben töten. Ja dann... Komm doch nicht... Geh doch nicht in der Nacht raus. Das muss ich jetzt töten. Als ob du das töten musst, weißt du. Das ist so. Geh doch... Geh doch nicht in der Nacht raus. Hä, bist du draußen? Ey, ich bin doch gar nicht draußen. Wo hast du ein Skelett gefunden? Wo hast du denn sonst ein Skelett gefunden? Unter Tage. In dem Höhleneingang, aber ich geh da jetzt nicht weiter rein. Sehr weiß. Also, es kann ab und zu vielleicht mal sein, dass ich einen Blue Screen habe. Wenn ich mal nicht antworte, dann bin ich weg, ne? Ey, was? Ja, mein Rechner liebt mich ab und zu. Also nur mal so zur Info. Wird auf jeden Fall mal passieren. Weitere Kohle? Sehr gut. Also, was fehlt uns denn jetzt noch? Mal kurz zusammenfassen, was uns jetzt noch fehlt? Eisen? Ja, Eisen. Okay.